Okay, Jesse Marsch, unser Cheftrainer, unser neuer Cheftrainer ist da. Ich glaube, ich kann im Namen der Fans sprechen, wenn ich sage, willkommen zurück. Ja, danke. Ich bin sehr froh, hier zu sein wieder und wir werden sicher viel Spaß zusammen haben. Wie war jetzt die Rückkehr? Was hat sich verändert und was hat vielleicht auch geholfen, weil es so ein Stück wie nach Hause kommen war? Ja, ich glaube, nicht so viel hat geändert. Wir haben mehr Bilder in unserer Gebäude hier. Ich glaube, das bringt mehr Energie und das ist ganz wichtig. Für mich ist es immer ein richtig gutes Umfeld aufzubauen. Und ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren entwickelt. Und es ist sicher ein Ziel für uns in der Zukunft, mehr und mehr Energie und besser und besser zu sein. Aber insgesamt glaube ich, wir haben viele gute Betreuer und Leute hier im Verein, auch so viele gute Spieler und ja, wieder. Wir werden gute Zeit zusammen haben und sicher auch unsere Qualität zeigen. Etwas, was für die Spieler neu ist, ist, dass die Fans jetzt nach und nach zurückkehren. Wir haben beim Trainingsauftakt Fans dabei, höchstwahrscheinlich auch dann zum ersten Spiel im Stadion. Welche Rolle spielt das? Es ist großartig. Ja, wir haben für jetzt mehr als ein Jahr erlebt, eine Situation, wo wir nicht genug Leidenschaft im Stadion haben. So, wieder hier in Leipzig, und ich habe das in der Vergangenheit erlebt, weil das Stadion ist total voll und unsere Fans können sehr laut sein und Unterstützung unserer Jungs auf dem Platz. Für mich ist es der Grund, dass wir alle in diesem Geschäft sind, ist, vorne Fans zu spielen und die Leidenschaft zu spüren. So, sehr, sehr gut. Es ist Zeit für Normalität wieder und hoffentlich kommt es mehr und mehr so. Die Fans interessiert natürlich, wie geht es jetzt weiter im Verein mit der Mannschaft? Was möchtest du anpacken? Auf welchen Spielstil können sich die Fans freuen? Ja, wir spielen intensiv, aggressiv. Ich sage, aggressiver ist immer besser als passiver. Die Mannschaft hat immer gut gespielt in den letzten Jahren, aber meine Idee von Fußball ist ein bisschen mehr klassisch zu der Red Bull-Philosophie. Und so, wir werden gut Pressing haben, gut Gegenpressing, sicher. Aber ein Vertikal spielen, intensiv spielen, aber auch intelligent. Benutzen unsere Erfahrung von unseren Spielern und unserer Mannschaft. Ja, gut mit dem Ball, gut mit Standardsituationen. Immer das Ziel ist, den Gegner zu kontrollieren mit unserer Idee von Fußball. So, wir werden, ich glaube, das schaffen. Viele unserer Jungs kennen diesen Fußball schon. Also, ja, ich glaube, wir werden mit Leidenschaft spielen. Hört sich gut an. Und hast du dir ein spezielles Ziel gesetzt, wo es in der ersten Saison jetzt hingehen soll? Vielleicht gibt es ja auch ein spezielles Ziel für die Champions League oder den Pokal? Ja, ich habe meine Augen immer auf die Top-Ziele. Ja, und ich weiß, es ist schwierig, in solch einer guten Liga und in der Champions League und alles das zu schaffen. Aber wir werden immer positiv bleiben. Wir werden immer Vollgas geben. Und ein großes Ziel ist, gegen den besten Gegner unsere beste Leistung zu liefern. Und glaube ich, wenn wir spielen so, wir haben immer eine Chance. So, ja, es ist ein großartiges Challenge für alle uns, den nächsten Schritt in den Verein zu machen. Aber sicher, das ist ein großes Ziel für uns, das ist ein großes Ziel zu haben. Jetzt ist aber erst mal Schwitzen auf dem Trainingsplatz angesagt. Was wird in den ersten Einheiten wichtig sein? Worauf kommt es da an? Ja, sehr heiß heute. Wir haben nicht unsere ganze Mannschaft hier jetzt. Die erste Woche ist ein bisschen Verein kommen und ein bisschen einander kennenzulernen. So, ja, wir werden mit Taktisch-Themen und Philosophie-Themen und Prinzipien arbeiten. Aber was wichtig ist, ist mehr und mehr einander kennenzulernen. So, auch mit meinem Staff und in dieser Rolle alle mich kennenzulernen, ist auch wichtig. Die Fußball-EM läuft noch. Hast du die Spiele sehr nah verfolgt? Natürlich auch die RB-Spieler und was ist dir vielleicht aufgefallen? Oder konntest du da irgendwas mitnehmen? Ja, ich habe es sehr gut gefunden. Ja, dass wir hatten so viele Spiele dabei in der EM und auch so gut gespielt. Es war auch interessant, Josco Guardiol zu schauen. Ein paar Spiele, das sind neue in unserer Mannschaft. So, ja, aber ich habe gefunden, viele haben gut gespielt, sehr gut gespielt. Ich habe nur positive Nachrichten zu unseren Jungs geschickt und dann Unterstützung gegeben. Und wir brauchen diese Jungs zurück hier in der Mannschaft, aber sie brauchen auch ein bisschen Pause im Urlaub. Okay, dann gönnen wir ihnen die und sind dann happy, wenn sie wieder hier sind. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.